Hopp, runter mit uns. Jo, gespeisert. Ein neun Prozent. Bleiben wir auf der Hund! Da kommt Wasser runter. Dann gehen wir mal hier hin. So, damit kann ich den Schlupf um jetzt verbessern. Wuhu, knapp. Ah. Nein! Alter! Tschüss! Weil ich gesprungen bin, weil ich zum Schluss gesprungen bin, bin ich deswegen... Leider, leider, leider. Ich glaube, ich hätte doch eher hier oben hin müssen müssen. Dann einfach... hier rüber... mit der Bullschen. Ja, ich vorhin genau unten an der Kante gesprungen bin, hat's mich bis sonst... leider... hat's mich leider über die Kante rüber gebildet. Okay... Und geht's weiter ins Portal. Dann mal los! Wee! 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 Ich werde angegriffen! Ich werde angegriffen! Okay, jetzt sind echt verdammt viele! die Blume! Die Blume hält was aus! Die Blume hält was aus! Die Blume hält was aus! Das ist eine Blume! Das ist eine Blume! Das ist eine Blume! Ich könnte doch einfach nur von A nach B geschippsen! Ich bin die Leistung... Ich bin die Leistung wieder! Ich bin empfindlich! Ui! Es gibt nichts besseres als eine kleine Stärkung! Und dann mal... Ne, da hinten war nichts! Da hinten war nichts und da hinten wird auch nie was sein! Okay, bin jetzt richtig rausgekommen? Jo, bin ich! Ich kann weiter! Los! Jo, machen wir hoch! Los, los, los! Los! 98%. Naja. Ich habe doch gesorgt, wir haben ein bisschen was, ich habe ein bisschen was übersehen. Eine komische Wirkung hat dieses Portal. Erkunden wir die Umgebung. Stola sollte nicht allzu weit entfernt sein. Dann wollen wir mal Stola treffen, ne? Erinnert mich dann bitte an den goldenen Wald und gleichzeitig auch an den großen Wald. Ein toller Fund! Handy wird sich freuen! Jo. Hallo, ich bin's! Was ist denn, Schusselschlumpf? Kann man mit dem Schlumpfi-Talki etwas zu essen bestellen? Wie bitte? Ich bin doch kein Liefer-Service, Schusselschlumpf! Und wenn man alle Körbe drückt, macht es da Musik! Dazu ist der Schlumpfi-Talki nicht da, Schusselschlumpf! Wenn er das Schlumpfi-Talki mit Beschlag belegt, hören wir nicht, wie es um Schlaufe steht! Lass das Gerät in Ruhe, Schusselschlumpf! Ich möchte aber ein bisschen mit ihm reden. Ich will noch ein bisschen hören, was er zu sagen hat. Super! Damit kann ich den Schlumpf-Mix verbessern! Was sagst du? Damit das nächste? Oh je, hier müssen wir machen. Hier kriegen wir die Mütze. Oh man! Hab ich! Kein Bock drauf! B Erwerf! Nein! Oh man! Du片st dein Platz! Du bist der equivalenteindel засchalt! Richtig! Ich hab grad die Schraps. Ach, ich werde angegriffen. Ich bin richtig platt. Bleiben wir auf der Hut. Achtung, ich werde angegriffen. Achtung, ich kaufe Energie. Das ist halt eben das. Du wirst in die Kurve gehen, wirst... Das ist nur ein kleiner Wunschlag. Ach, verdammte. Verkümpft noch mal. Und noch mal. Was ist dieses Problem? An den Fliegen. Ich spür's. Nichts wie raus, da. Ich weiß nicht, dass das Spiel betroffen wurde. Aber ich wurde von der Oma für draußen. Ja, für die Linken. Oh, das ist schon zu weit. Aber hier ist es nicht. Ich habe die Kaffee. Du jetzt alles geholfen. Ich hab's. Oh, das ist ja ganz lustig. Und jetzt ist er nicht mehr. Ich hab's. Oh, du hast ja. Oh, du hast ja zu leften. Schnell! Ich muss hier raus! Hä? So? Ja! Ich bin der Bereit für den Kamm Bleiben wir auf der Hunde Beide Anfamera Anfamera Vvard Anfamera Jot. Das war's für heute. Schnell, ich muss hier raus. Achtung, ich werde angegriffen. Alter, ich bin schon bei Bronze. Alter. Hoffentlich gibt das keine Flecken. Alter, wie soll ich denn das bitte schön in 3 Minuten 15 schaffen? Ich habe gerade so Bronze bekommen. Dann tut es mir wieder leid wegen der Mütze. Alles, was auf Zeit ist, ist nicht meins. Stolas sollte nicht allzu weit entfernt sein. Ich würde dir gerne dabei helfen, frei zu kommen. Ist er aber wirklich nett oder ist er doch ein böses Wesen? Das ist halt nicht so die Frage, ne? Oder warum wurde der denn überhaupt in dem Stein gefangen? Wer ist er? Das sind so die Fragen, die mich beschäftigen. Ich weiß auch gar nicht, ob das ein Vorteil ist. Ich weiß auch nicht, ob das ein Vorteil ist, dass ich diese Fragmente sammle. Ich habe eine Studie genau zu diesem Thema gelesen, schlumpfen in einem Säuresee führt zu einem unerträglichen Kribbeln. Ich glaube, das führt zu allem Möglichen, aber Gesundheit wird danach sehr stark eingeschränkt sein. Musik 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 Achtung! Ich komme! Okay. Okay. Und hopp! So, dauerung mit Nix. Hopp! Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? So, damit kann ich den Schlupferwitz verbessern. Was sagst du? Hat doch jeder so seine eigene Theorie. Wie ist das? 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 mit großen grünen Kristalle. Wenn ich bei diesem Spiel echt nicht viel sage, liegt es einfach daran, dass ich mich einfach nicht mehr so töre. Okay, ich habe gedacht, zwei wieder sind Rutschportier. Los, meine Lakaien, sammelt magische Essenzen für mich. Okay, da war mal. Echt ohne Flachsdarmewald. Ich habe einen Matske markiert, wenn sie zusammengehen. Das gleiche, was ich hier mache, ist ein Stein oder ein Sieg. Das ist 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 ein Sieg. Ich habe die Ausbrüche ausgeflucht. Wieso kannst du mir noch einig klatschen? Geh! Ah, nein, das ist so viel weg! Wetter, in der zu saubern. Ja, ja, nicht ganz. Ich glaube da gibt es einige Spieler die sind besser als ich. Mal wieder Heilung einsammeln. Oh Gott. Alter, das geht, das geht dann sogar jetzt noch schneller kaputt als... Alter, das geht jetzt sogar noch schneller kaputt als das andere. Oh je. Hä, müsstest du das bitte schön hier andersrum hochgehen? Mach euch bereit gegen mich anzutreten! Ja, bitte nicht mehr. Oh mein Jump'n'Run ist das ja anstrengend. Ohne Fragge. Ohne Knete keine dicke Feder. Ohne Knete keine dicke Feder. Das war's noch nicht. Das ist super. Das war's. Das hat gerade geklingelt. Ich muss da jetzt mal kurz ran. Untertitelung des ZDF, 2020